Dann Studio Swing aus den Niederlanden, aus Wittgenheim, der ich jetzt in der Aussprache spreche, die Startnummer 666. Und Sie haben als Pflichter einen Skippy Maw von Britney Spears. It's Britney, bitch. Yeah, yeah. I don't think they're ready for this one. I don't think they're ready for this one. I don't think they're ready for this one. Untertitelung des ZDF für funk, 2017